Nordrassils Wurzeln Nordrassils Wurzeln In diesem Augenblick bekämpft ihn meine Herrin auf den verheerten Inseln. Sie braucht unverzüglich Verstärkung. Ich werde gehen. Ich führe die Wächter selbst dorthin. Nein, meine Liebe. Die Droiden und ich können... Ich habe ihn damals befreit. Und ich trage die Verantwortung. Dann gehen wir beide. Wenn dieses Mädchen die Wahrheit spricht, kann Majev jede Hilfe brauchen. Ich Untertitelung des ZDF, 2020